hallo und herzlich willkommen hier bei bird of play zu einem kleinen special simitar video mit daniel der ich hab sie jetzt wird es lustig endlich meine drohen simi hat schon irgendwas gespielt das ist die allererste oder das allererste gefecht die einweihung ja und ich bin gerade dabei meine simitar komplett umzubauen und los geht's drohen schiffe raus ich lass mal auf maximum feuer frei und ich sehe nur noch beams gehört zu so als zu cf kommt doch wieder auf Ja, ich glaube, die Burg haben hier gerade nichts zu lachen. Gut. Da steht noch einer. Ja. Ich denke mal, wir werden heute wirklich keine DPS-Rekorde berechnen. Nee, das auf keinen Fall. Jetzt guckst du so 100k. Einfach mal so instant. Okay. 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 Gut, ich hätte es jetzt so machen sollen wie du. Tarnung aktivieren. Okay. 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 All right. Okay. Cool. Das glaube ich doch jetzt nicht, Alter. Schon wieder. Willst du mich verarschen? Die Bock haben ich heute gerne. Oh, ich hab dein altes Schiff hier rufen. 13k. Hab ich. Und ich? Warte, mach den doch. Ach, komm mal. Naja, das hab ich nicht gedacht, weil ich zweimal geplatzt bin. Puh. Nicht schlecht. Alter, ich hab über 2 Millionen mehr gemacht, Schaden. Tja, was glauben wir daraus, Kinder? Niemals platzen, wenn man ein DPS machen will. Kannst du sagen, Kaffler. Der war jetzt nicht unbedingt umwerfend, aber auch nicht schlecht. Ich mein jetzt, meins. Hä? Wieso ist eine deiner Drohnen im Föderationsraum Schiff? Äh. Muss ich jetzt nicht verstehen. Muss man sich erstellen. So, es hat grad mal 2,51 Minuten gelaufen. Ehrlich? Nicht schön. Läufer hat noch ein Tidio, alles gemacht. Äh? Was ist denn das? 1,8 Bit. Das ist grad... Daniel hat eine Gehornsperre. Copy. Ah, da ist es. Der erste Warmi-Buggy. Na, das... Ich will nämlich sagen. 8,15... Naja, passt. Wieso hast du jetzt eigentlich 2 gehabt? Na gut, müssen wir dich verstehen. Äh, kann sein, dass du dann Algen kopiert. Oder, da guck mal die Zeit an. 2 Minuten 59, 6, 35. Wo ist denn das andere hier? Ja, das ist logischer. Na gut. Dann würd ich sagen... Wollen wir jetzt noch eine machen? C.C. Okay, dann sehen wir uns gleich beim C.C. So, und da sind wir wieder bei C.C. Ich mach die Kang, das wird lustig. Ich werde ganz oft schreien, Daniel. Wollt das nicht drauf? Ich freu mich schon drauf. Das war bestimmt eine schöne Fail-Runde. Weil, ähm, Kang hab ich noch nie so oft gemacht. Eigentlich nur... ...drei Mal? Ja, kommt hin. Ey, da ist 3 Semitas drin und es findet sich keiner, der mal... Naja. Das reg' ich mich auf. Oh, ich hasse das. Ich hab zum Glück ein Grafibrunnen mit. Da geht das denn. Sag mal... Ey, weiß nicht. Ich bin 15 Kilometer von den Bohrkubus entfernt und trotzdem krieg ich Damage und meine Waffen fallen aus. Und das hast du nicht gesehen. Nein, der hat ein Regenbogenbild dabei. Ah, Raptor, jetzt seid doch schon fertig. Geht's. Okay. Ich bin 15 Kilometer. Ich hab dich mal dazu. Nicht wahr? Ich hab dich nicht gewinnt z наверное, sondern nur die Geräte für die Geräte. Ich hab dich nicht gewinnt. Ich hab mich nicht gewinnt. Du wirst die Geräte für 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 die Geräte. Ich hab dich gehaft gehaftiert. Ja, ich hab dich jetzt nachher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, ist klar, ist klar Ja, ist klar Nein! Oh, jetzt habe ich mich erschreckt, Alter Ja, da bist du dort Auch nicht lange Sowieso ein sehr stilles Video, würde ich mal sagen Ich bin wach Muss konzentrieren Klatsch Oh, wie die Semita slidet, das ist furchtbar Was? ... ... ... ... Ich glaube, der Carrier bereut gerade, dass er uns jemals gesehen hat. Ich sehe das mal so. Und das war's. Jetzt. Danke. Gut. Scheiße, durch den Tod bin ich jetzt gerade bei 11.000 ungefähr. Hm. Naja, viel mehr, was ich nicht gemacht habe. Als 5, 6. 6,7. 6,7. Ja, ich stelle die meiste Zeit bloß rum und habe gewartet. Aber ich bin noch nicht der Schlechteste. Ich bin noch nicht der Schlechteste. Das ist beeindruckend. Ja, würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich im KSE. Nach diesem wunderschönen kleinen Run hier. Ja, ich habe die Kangen beschützt, Alter. Ich habe sie gekriegt. Stell es dir vor. Gut. Bis gleich. Ein kurzer Augenblick für euch. Eine Dekade für uns. Gott. Ja, stimmt. Ich bin noch nicht der Schlechteste. Das wäre es. Wir hätten 10 Jahre geboren, um einen Scheiß-Kahal-See aufzumachen. Auf einmal ist meine Cimita, äh... ...hochmodern. Da geht eine echte Unterwurb. Er hört so fort, die Simita sich tornet. Weil ich auch endlich mal den Button gefunden habe zum Torn. Ich empfehle, dass die Simita sich tornet. Oh, gleich kommt das Simita-Duell. Schlechthin fällt mir gerade ein. Du und ich gegen Donatra. Oh, wir haben ja den Feind dabei. Exzellent. Endlich mal ein gutes Team, wa? Oh, jetzt wollte ich mich taunen, das Ding ist mir voll in der Fresse geplatzt. Morgen Jungs, ihr werdet sterben. Freut dich drauf. Jetzt gehe ich auf. Alter, wie diese Night-Night Generators hier einfach sterben. Das ist so krank. Oh nein, der Boku besagt mich. Nicht den Boku, sondern die Probe, du Zielerfassungssystem. Ey, es macht gerade, was es will. Ja, komm, geh dich doch ficken, du Scheiße, Zielerfassungssystem. What the fuck? Ich bin tot. Ich will wenigstens noch die Probe machen. Alter, das was ich jetzt nicht... Was hat das für ein Fail? Warte, ich hole den. Ja, wäre nett. Ey, what the fuck? Der hat immer zu den den Scheiß-Kurvus anvisiert. Magic Damage? Nein. Jetzt komm auf Impulse, sonst klatsch gleich. Oh Gott. Oh, komm, Ding, werde ich wohl... Alter. Oh, endlich erreicht. Ey, du war schneller da als ich, weil mich das Geld angewixt hat. Zu geil. Gut. Heilige Scheiße. Ne, das war jetzt aber auch wirklich... Das war jetzt... Die Proben und der Kubus hat uns jetzt richtig schön gefehlt. Boah. Jetzt geht das schon wieder los. Macht der Priorität oder irgendwas? Ja, irgendwie... Ich hab hinten den Transformer anvisiert. Will den anschießen, schießt der auf den... Auf den großen Transformer. Eier... Ich bin wirklich eine... Kompetenz hier auf... Äh, in Store. Das ist sagenhaft. Der Dubuos machen, was wir wollen. Naja, wir haben zu viel Eil gesoffen wahrscheinlich. Ich glaube, ich muss dringend mal wieder ein paar Direktiven ändern. Kein Saufnauerte Brücke. Der hat den Alkoholverbot aufzählen, das wird dumm. Ich hab gehört. Oh, wenn ich Kirchhoff nach Simita hätte, ich würde mich übergeben. Und freiwillig aus der Luftstöße springen. Äh, was macht ein Robot? Oh Gott, würdest du bitte mal schießen, Patterson? Oh Gott, muss es jetzt sein? Robert Peterson? Ja. Der musste sein, wa? Ungefähr. Jetzt macht er die Proben. Will der mich verarschen? Möglicherweise. Man munkelt. Oh, das war noch gute alte Zeiten mit dem Papier. Public Teams. Wo ich dann wirklich einfach aufgehört habe, auf die Proben zu schießen. Hätte ich jemanden, der mir die Arbeit abgenommen hat. Der fällt gerade auf, ich hab den Damage-Rauch nicht geheilt. Und Leute, guckt nicht oft das Bild, das ist alles Prototyp, ja? Die Romulane hatten gerade nicht viel übrig für mich, also deswegen. Scheiß Kapitalisten, man trifft sie überall. Herятиh frei. Bye. 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 So, da haben wir Donatra. Jetzt geht's los. Eine Tölfe und eine Semita gegen eine assimilierte Semita. Los geht's. Alter, hier fliegen die Waffen. Ich würde sagen, die nicht assimilierten Semita sind Gewinnhaus hoch, wa? Oh, nur du bist. Diese ganzen Pads, die jetzt hier rumfliegen. Das war's. Das war's. Ernsthaft. Na gut. Dann war's das jetzt. Gut, Donatra hatte keinen Bock mehr. Hat sich geärgert. Ich war bei 9K. Du warst 6.3. Nicht schlecht. Na, naja. Modifikationen. Brauch Modifikationen ohne Ende. Nein, jetzt war Spaß beiseite. Für Prototypen passt das. Ja, wenn man bedenkt, ich hab Mark 10 halbes Greenset drin. Na, und ich hab, ich hab dieser High-End, ähm, Mark 11 weißes Plasma Beam Array drin. Ich meine, das bleibt definitiv nicht drin, ne? Oh, Mann, das war's. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns zwei im nächsten Mal wieder hier mit den Semitas in ein paar Wochen, Monaten, Jahren, wenn die mal fertig ausgerüstet sind. Und man kann nur sagen, Kapler. Ja, wir sehen uns dort draußen, aber dann mit dem richtigen Semitas. Bis dann. Kapler. Ja, wir sehen uns zwei.